Aber ich habe keine Lust auf Farmen, das war zu lang, mir ist langweilig. Da habe ich auch nicht wirklich Lust. Zu farmen? Ne, hab ich auch keinen Bock. Letztes Mal geframt habe ich vor ein Jahr oder so. Sonst habe ich mir immer was von Admins geben lassen. So ein Service aber auch, das ist ja total toll! Also ich bin hier der Tom-Michael-Bärt, ne? Was ist das? Spore-Menü? Äh, hier, Atira? Ich bin Hans-Duck. Ja, Atira. Hey, bist du mir schon Nacht gejoin? Oh, ich bin schon gespawnt. Warte mal, ich kann gleich spawnen. Der hat, bleibst du mit so unseren Dateien fertig. Yeah, Mikrolex ist auf Vater seinen Sohn. Ich stotter mich da mit 1FPS runter. Ja, das ist immer am Anfang, da ist die Textur noch laden. Ja, merk ich. 4K, das Haus. Wer ist das hier? Sebi? Warte mal, ich muss euch mal alle leiser stellen. Sonst fliegen gleich meine Ohren weg. Ja, ich habe euch auch leiser gestellt, aber irgendwie hat da nichts getan. Oh, ne, Mikey ist jetzt so leiser. Ey, eigentlich könnten wir jetzt mal so ein Fake machen. Oh, leck mich doch. Mitkommen der Erste. I like the lazy. So, jetzt mach hier. Oder ist der Kirchen vielleicht in der Erste. Wo ist denn der Scheiß hier? Wo soll ich in Ati reinkommen? Baumarkt? Baumarkt. Baumarkt. Zum Baumarkt. Was ist das für Karte? Links, rechts, Sache noch. Hier. Also, ich gehe jetzt zum Baumarkt, weil ich mich da einkleiden muss. Warte mal, ich spawne jetzt erstmal mit wunderbaren 11 FPS. Wow. Guck mal, jetzt habe ich 15. Oh, jetzt 4. Jetzt, ich gucke gegen der Watt und habe 30. 30? Und jetzt gucke ich weg von der Wand. Oh, oh, oh. Ich habe gerade auch so 30 und da können wir so Mikro Legs. Okay, ich habe jetzt zwischen 15 und 25. Tick dich, ganz ähnlich. Mal sehen, meine Waffe habe ich noch, nice. Komm, wir brauchen nicht jetzt rein. Oh, ich habe nur noch einmal die, das ist nicht so nice. Weißt du, was das komische ist? Vor Severus Stadt, ich war nicht drauf. Jetzt kann ich nicht drauf. Warum nicht, Savi? Sag meinen Computer, nicht mehr ich. Hallo, der ATM funktioniert hier nicht. Ja, mit Windows-Taste. Wer ist das hier? Wie viel nehme ich mal mit? 10.000. Reicht das für Kleidung? Oh, warte mal. So, hier. Treffe uns, wenn wir alles fertig sind am Autoladen. Na, Tiere. Alter, wo ist er? Klamottenladen. Ich musste nochmal einen 500 Meter Sprint hinlegen. Wo sind die scheiß Klamottenladen jetzt hier wieder? Jogi, guck doch auf die Map, Alter. Jogi, Alter. Jogi, Mann. Ah, echt jetzt. Klamottenladen. Hat echt Probleme. Meine fucking Gott. War das nicht früher in meinem Markt? Ey, es steht hier echt extra Klamottenladen. Jogi, Mann. So, warte mal. Ich habe zwei Wascherflaschen, zwei Äpfel, Speck, ein Hasefleisch. Ja, gib mal was ab. Ich habe gar nichts. Gar nichts. Ich glaube, ich hole nochmal ein bisschen Wasser. Ey, wer ist das hier? Hallo? 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 Hier gibt es ja die neuen Dingskleidung. Oh, hallo? Jawohl. Ich laufe hier nur hin und her, ey. Egal, hier gibt es ja die neue Kleidung. Du Helter, hier ist der Markt. Du Helter, yeah. Wo ist der Scheiß jetzt hier? Kopfbedeckung. Alter. Guts. Wo muss ich hin? Ey, gar nicht. Hier. So, warte mal. Ich höre mir nochmal. So, zwei Wasserflaschen. Ich habe jetzt vier Wasserflaschen und vier Essen. Ähm. Puh. Ich kriege zu viel, ehrlich, ey. Warum, Yugi? Lange nicht mehr gespielt, oder was? Seit wann ist der Klamottenladen? Hä? Der steht in Uganda. Der Klamottenladen ist der Klamottenladen, Yugi. Rucksack. Ne, die Rucksäcke waren immer noch vor einem scheiß Markt. Nein, die waren noch nie beim Markt. Echt nicht? Echt? Echt? Ey, ich weiß, was wir machen. Äh. Wir machen die P-Mission. Aber nicht mit einem Helikopter, mit einem Auto, damit es lustig wird. Ey, Sebi, du fährst doch hier schon mit der Karre rum, oder? Ich muss einste... Warte, das ist nicht... Ja, ich will überhaupt nicht auf drauf. Äh, Au... Ne, Steuerung. Wo kann man denn nochmal einstehen mitreden? Äh, Kevin, wie heißt du? Sonic Hegehog. Was denn Ding? Du hast auch CT vor deinem Namen, ne? Genau, hier ist Sonic Hegehog. Und NWG Hinterumnahme. Ich hab dich mal eingeladen in unsere CT-Gang, hör mal. Äh, danke. Ich wurde jetzt aus Einstellungen rausgeschmissen. Bitteschön, hab ich der gemacht. Kann man denn hier nochmal Sachen einstellen? Einfach hier hin? Was willst du denn einstellen, hör mal? Ja, sprechen, das muss auf Alt-Groß. Rechnen hab ich auf Fescht-Taste. So, fertig. Du, du gehst auf Escape, dann konfigurieren. Wer bist du? Wer ist das hier? Äh... Helleinstellungen. Ne, ich hab's schon. Achso. Warte mal, ich brauch noch ein paar Werkzeugkäste. Ich hol nochmal 30.000. Achso, Kevin, wenn du Geld haben willst, musst du zum Geldautomat kommen. Ich kann dir 100.000 geben. Haldl. Da lass ich mir nicht einmal sein. Der Yugi und der Serbi, die haben hoffnungsweise noch Kohle. Ja, 12.000. Okay, äh... Das ist nicht unbedingt genug. Nö, das reicht aber für gar nix. Aber ihr bekommt nix von mir, er hat jetzt halt genug reich Kohle. So, warte mal, Sonic-Hee gehobt. 7. Wow. Oh, warte, ich hab grad spielt. Ich auch. Ein Dollar. So, jetzt, ist er angekommen? Ja, jetzt kam er an. 999, 999. Oh, scheiße, jetzt hätt ihr fast 999.000 gegeben. Ja, ist auch okay. So, warte mal. Kann man als Kumpel schon mal machen, ey. 999. So, sind die restlichen 9999 angekommen? Yeah, jetzt hab ich 10.000 bekommen, thanks. Oh, ähm. Äh, warte mal, ich, ich... Äh, wusstest du den anderen laden? Oh, je, 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 die sind hin und her gerinnen, ey. Da drüben. So, jetzt, seine Gegehoff. Ne, da nicht. Ah, scheiße. 90.000. Baumarkt, Klamottenmarkt. So, bitteschön. Bitteschön. Ist der scheiß Baumarkt wieder? Da ist der Baumarkt! Wie teuer sind Werkzeugkästen? 250. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß ja gar nicht. Ich hab 250. Bin mir aber nicht sicher. Nehmen wir mal... 7500 mit. Ja, ta, 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 ta. Boah, läuft flüssiger als ich gedacht hatte mit dem scheiß Internet heute. Irgendwie hab ich heute den ganzen Tag Internetproblem. Dann hast du jedes Mal so eine armer Zocke. Das stimmt. Aber heute ist das extrem. So, Fernglas. Ja, Fernglas muss ich auch kaufen. Dann bräuchte ich die kack Brille wieder. Werkzeugkästen. Ey, ich mach vor euch auch. Ey, wir wollen das! Los! So! So, hier. Werkzeugkästen. 250. So, so viel kaufen. Es kein Platz mehr da ist. So, erstmal schön geshoppt. Haben wir jetzt hier... Erfahrungslevel gestiegen. Jawoll! Kevin, ganz wichtig, wenn du mit uns unterwegs bist. Brauchst du eine Menge Erste-Hilfe-Kästen. Genau! Ich hab gerade mein ganzes Inventar voller Erste-Hilfe-Kästen gekauft. Ja, ich hab vier Werkzeugkästen dabei und fünf Erste-Hilfe. Ja, die sind auch wichtig. So, warte, warte. Ich will noch mal kurz was testen. Warte mal. Okay, das geht. Ah! Ich will auch noch eine Waffe haben. Wo ist Waffenladen? Wieso hab ich nur drei... Vier Werkzeugkästen? Was hab ich für Lizenz? Ich habe Führerschein, Bootschein, Pilotenschein, Waffenschein, Rebellenschein, LKW-Führerschein, Diamantsverarbeitung. So, egal. Äh, Sebi... Lass mal Waffe kaufen gehen. Ja. Wie teuer ist Waffenlizenz? Genau. Sebi, ich sag für die... Hol den Hubi! Nein, wir machen heute ohne Hubschrauber. Nein, mit Hubschrauber dauert doch ewig bis... Wir kommen nie dahin. Wir werden sterben vorher. Ja, aber das muss lustig sein. Jaaa, das können wir doch lustig machen. Können wir doch lustig machen. Für die heutige Aufnahmesession bist du der Fahrer. Das hat viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Äh, das... Das ist eigentlich eher schlecht. 28 300. Dann herzlichen Glückwunsch. Scheiße, wie kann ich nochmal durch die Brille... Ah, so kann ich durch die Brille gucken. Ne, doch nicht. Äh, durch... Das Fernglas. Wie benutze ich das nochmal? B. Rechte Maustaste. Nee. B macht er das, aber... Ach so, B. Der guckt nicht durch. Der guckt nicht durch. Ja, durchguckt mit rechte Maustaste. Ey, wo ist mein Fernglas? Der hat mir doch gerade auch eins gekauft. Nein, es geht nicht mit rechte Maustaste. Ja, Jogi, dann kann ich dir da auch nicht helfen. Was war denn das nochmal? Ich hab das vergessen. Dann kann ich dir da auch nicht helfen. Ich hab's. Ich hab's. Ich glaub, es war... Es glaub Bild. Bei mir ist es mit Bild. Bild. Achso. Oh, genug! Ich bin fertig! Was sind das für Dinger hier? Hey? Bild? Oder Ende? Ich hab ja nicht das Markt. So, ich bin fertig. Wo bleibt das Taxi? Wir sind am Autoladen. Taxi! Taxi! Taxi ist noch nicht fertig. Mach hinne! Halt's Mauer! Wir stehen hier rum und haben Langeweile. Und dann, warte mal, wo ist denn der Waffenladen? Und ich rieche. Was ist das? Kevin, Atiera ist keine Safe Zone, ne? Deswegen stehe ich hier gerade am Geldautomat. Und die Safe Zone ist auch nur 10 Meter im Umkreis von einem Geldautomat. Watt, nur 10 Meter? Ja. Biss hart. Ein, für... So, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Anstatt die so 100, 200 Meter machen, wie bei Relife. Ey, das haben die nicht. Dafür ist Kavala ne Safe Zone. Ne große. Ja, die ist immer. Ja gut, so groß ist die Safe Zone auch nicht. Das Polizeirevier Kavala ist zum Beispiel keine Safe Zone. Und das Krankenhaus... Boah! Boah! Das Krankenhaus ist generell immer Safe Zone. No! Ja, weil die ganzen Medics auf die Dörfer nicht geschossen werden. Ja. So bleibt jetzt der Sabi. Alter, so ein dickes Aussteller. Hallo! Was ist das für ein komisches Zeichen hier? Oh Mann! Wir haben da ja einen schönen Helm! Schönen Helm! Wo ist denn das passende Fahrrad dazu? Hey! Hey! Ich rede! Wo ist denn das passende Fahrrad dazu? Was laufen sie denn weg? Ich schwöre, ich muss euch muten. Ja, stimmt. Das muss ich auch noch machen. Das hilft überhaupt nicht, wenn ich euch so 5 Millionen mal höre. He! Äh, warte mal Spieler. Bei mir geht's. Äh, Mutes. Stumm. Hans Duck. Stumm. Und dann noch den... Ja, Stumm. Hallo, der ist jemand. Der hat jemand 187 in Clantech. Hä? Den mag ich. Ach, nee. Gibt's ja irgendwie Handshake-Funktionen. Ja, 1 und 2 und 3 und 4. Muss ich dafür irgendwas drücken? Ja. Die Tast... Lol. Doch, jetzt hab ich was Falsches gedrückt. Tych! Hör auf, du Hurensohn! Hä? TIME daytime Day wasns. Du brauchst einen kleinen Brandngix ... wooo, ja stehen dann dann ... Oh ja! Mananas koala... Woja!! Tja-G桿!! Was ist das? Was gibt's that? A-A, dort sind dann die gehe ich kaputt. Wde ich nicht. We eine fetten hallo doch ich will doch nur hand schütteln will dir kein sport machen nein jetzt macht er schon wieder kung fu alter ja hallo wie macht er man kann man abbrechen gar nicht das kann man nicht abbrechen selbst ohne ich bin der selbst ohne ich auch ich bin gerade reingeflutscht aber ich bin wieder raus 10 Meter vorm Geldautomat ne ich bin 10 cm neben dem Geldautomat was ist denn jetzt hier mit Auto was ist hier weiß ich nicht wo der Sebi bleibt was steht doch hier wer ist denn das hier bist du der Sebi das ist ja keiner von uns dachte der da die auf dem Boden ist womit winkt ihr jetzt mit welcher Kaste 1 1 1 1 ok mach du scheiße wer hat hier geschissen Kevin nicht im Namen hätten die anderen zahlen ach so er sagt halt 1 ich hab so 5 Millionen 1en auf meine Tastatur alter nein was ist los ich wollte jetzt ich war so gut wie fertig schon gell ja die 1 über dem Q bei mir ist es die 1 über dem Q was machst du denn warum macht ihr das ich hab nichts gedrückt äh ich ich wollte Auto äh äh aufrufen gell ja ja und musst du dafür tausend zahlen gell ja hab ich nicht gewusst hab ich dir ganze Geld ausgegeben Hilfe er hört nicht mehr auf warte mal ich überweise dir tausend Euro so kann man auch Geld schnoren ich hab's ja der Opi der hat's ja ja also Jungs wie sieht's aus da kommt Auto ich kann nicht mehr auf oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ich hätte seinen Anus gefunden weil ich mich den Server verlassen so Sebi jetzt kannst du wieder hä Sebi du kannst du wieder ey 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 bis gleich bis gleich ich konnte nicht aufhören Sport zu machen irgendwie was willst du dir das ist keiner von uns der Kevin Sport ist gesund nein ist nicht nur E-Sport ist gesund ja stimmt ich will nicht einsteigen Karras auf Sebi wo bleibt da ist er ne das ist nicht Sebi ey Sebi willst du mich verarschen was machst du hier ich muss Geld nehmen du Sebi warum du musst das Geld auf dem Konto haben und nicht an der Garage ich bin der Typ da ne der sieht so als ob der VDM machen will was ist VDM wie Hicky Deathmatch wenn er dich überfährt dann kannst du ihm dann ist das ein Banngrund ja fährt hier so rum wie so ein Spasti ey Sebi du brauchst das Geld nicht um Auto du musst das Geld auch für Bank haben ach so ja was meinst du warum ich dir das überwiesen ah yo Leute ey soll ich mal ein Auto holen gehen ja aber wär mir gesehen ne ja ja so komm mal los und um 18 Uhr ist wieder Server restart ne und vielleicht schaffen wir alle 2 Stunden ne alle 4 oder alle 4 um 20 Uhr ah ja stimmt um 20 Uhr aber ich will nur bis 18 Uhr aufnehmen also beeilt euch gut ich könnte auch ein Auto holen ich habe aber keine Lust zu fahren ja du musst ja nicht fahren wenn du ein Auto holst ja doch der muss sich von der Garage hierher fahren ooo ja ist heute einer ganz faul aber so extrem faul wo wo ist denn der Waffenladen ja der ist komm mal der ist gar nicht so weit weg der ist beim Airfield so wer läuft da jetzt auch ein Auto zu holen jetzt sind zwei unterwegs wer ist vor mir ja Sebi der versucht schon seit ne Stunde ein Auto zu holen Sebi schaffst das heute noch ohne mich zu überfahren ich krieg nur Geld von dir Jungs spielt die Pokemon Go nein ja was ist das Jungs ich wurde da gebannt hey was ich hab geheckt so 300 Bots ich war so innerhalb von zwei Teile ich war so innerhalb von zwei Teile Dabby Juki hä wann kommt jetzt mit dem Auto ja der kommt doch jetzt ich sitz doch schon hinten drauf ich hab mann mann ey er hat mir meinen Platz gesichert schlimmstes Taxi ever ey ein Stern auf Trustpilot oder wie die Seite hat Alter würd ich nie wieder buchen das Taxi warte auf Pokemon Go Trustpilot nein bei Taxi die beiden Stern die beste Weg ever Alter wo eierst du lang ey ja ah ja er nimmt die engste Jahre nach gegen Alter ich schlaufe noch mal ne Runde Junge wo fährt der lang ich sehe doch auf dem Map der fährt so zwischen alle Häuser lang ja ja zwischen Baustellen der nimmt alles mit ich sehe ich sehe es komischerweise nicht auf dem Map wir fliegen gleich wieder in den Luft oh links ich hab Angst ich bleib mal hier oben stehen links Zerbi stopp du bist vorbei gefahren Alter was machst du wo willst du liegen wo 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 hallo bleibt doch stehen du musst parken mach die Karre auf und gib jedem von uns den Schlüssel warte man no 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 don't drive so Zerbi erstmal jeden von uns den Schlüssel ja man jetzt brauchen wir nur ne Waffe ich hab eine ich nicht ja aber wir wollen jetzt zum Waffenhändler yeah und dann machen wir mal so bissl ausraub mausraub steh ich ja guck mal nice so Zerbi Gas Waffenhändler was Waffenhändler ja ja gibt's die Ordenstübsel ja ähm S warte der P shift und P ne Waffenhändler jawohl äh rechts im Airfield in Telo rechts rechts warte ich soll ich es aufzeichnen warte Gruppenkanal haben wir schon naja haben wir schon raus man kann nicht auf die Karte malen schau mal STRG und mal versuch mal zu malen mit links ey warum bin ich jetzt raus du bist grad raus stopp warte mal der Filter der Opa ist weg wir haben den Opa verloren ach beidem weh wir müssen die Aufnahme noch starten er hat die Connection gelostet hallo ich steh oben Opa wo bist du also wenn es die Aufnahme starten dann vorgeplänkelt hier vorbei 20 Minuten schon oh warte mal jetzt fahr mal nicht los ich würde ausprobieren ob dann auch funktioniert was sind das immer für komisches Zeichen was ist das immer für so ein Wasserzeichen da was soll das über das ganze Bild weiß ich nicht hä und was kommt denn da für ein Wasserzeichen wie sieht das aus weiß das alte Zeichen weiß und mit einem schwarzen A oder ein schwarzes Dreieck in der Mitte immer wenn ich die die Kamera anmache ach das Kamera Fernglas dann ist es wieder weg äh alter ich mach Fernglas in den Auto ich will mal sehen ob ich das auch hab Opa kommst du oder nicht? ja ich komm ey Sebi wir sind alle ausgestiegen ne ja weiß nicht aber der überfährt uns eh wieder der kann nicht Auto fahren weißt du schnell flüchten ja geht nicht ich komm da nicht rüber warte hier ist ein Staubschild hier muss was macht der er packt da ein ach der wohnt da wow ich bin bei der Garage schönes Haus Opa warum bist du eigentlich wieder ausgestiegen? hä? das ist ein echt schönes Haus hier holt mich mal ab hier bei der Garage ey Sebi geiles Banana Bandana jetzt musst du zur Garage laufen warum laufen? ja ich so sage oh Gott oh fuck ich hab den Kopf eingeschlagen ey ich hätte den da mitgenommen ich hätte den da mitgenommen aber auf ne andere Weise ok wo ist denn die Garage? ach die ist da unten ich mag diese Wege äh ich will da sitzen ist das scheiß zu wo will sie sitzen? vorne äh dann nicht links eins wo lang? ja ja jetzt auch nicht irgendwie nicht so wirklich du backst da irgendwie ein bisschen rum ja seitdem der aus der Garage rausgefahren ist irgendwie ich hab mir den Kopf angeschlagen jetzt funktioniert das nicht mal so richtig gleich am besten mal aussteigen und wieder wo bleibt ihr? ja wissen wir nicht warte einfach durch die Mauer Alter die beste Fahrer ever so ich bin jetzt hier wie der immer fährt ey stehen bleiben Debbie bleibt stehen stopp ich soll jetzt wieder einsteigen warte darf ich vergessen darf ich vergessen? so so will ich das kommen sie mal rein kommen sie näher kommen sie ran hier werden sie genauso beschissen wie nebenan so jetzt kommen wir los aufs Waffhändler aber erstmal Waffenhändler aufgehen kommen wir starten in 3 2 3 3 4 5 5 5